So, 321, willkommen zurück bei Skyrim. Ich war gerade verkaufen. Ähm, ja, bin wieder zu dem Platz zurückgelaufen, wo wir uns verabschiedet hatten. Und hab dann auch gleich noch ein paar Sachen gekauft, und zwar ein paar Zauberbücher. Eisenhaut, äh, Eichenhaut erlernt, Frostbiss erlernt, Reichter Schutz erlernt, Raserei erlernt, und Zombie erwecken. Und, dann geht das auch schon weiter hier. Ich weiß nicht, ob es in der letzten oder vorletzten Folge war, da haben wir ja gelernt, dass Skyrim nicht so sehr viele Autosaves macht. Oh Gott. Oh Gott. So, unser Kollege. Komm her. Zack. K.O. So, wir plündern sie jetzt komplett. Denn aktuell habe ich null Komma nix Probleme mit der Traglast. Wie gesagt, ich habe gerade verkauft. Hopp, hopp, hopp. Hier war ich ja auch schon durch. Objekte. 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 So, wir hatten gerade den Bogen. Neun und acht. Genau. Da kommt der weg. Und da führt der ran. Und jetzt kommt der weg. Und jetzt kommt der weg. Laufen wir hier noch durch. Warte. Nein, auch nicht. System speichern. Ja, überschreiben. So. Zack. Nein. Ah. Scheisse. das wollte ich doch gar nicht ich wollte doch hier die laterne kaputt schießen blündern erstmal noch kurz gibt es was zu blündern nein der schlechteste bogenschütze der welt gut 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 so so auch Scheiße, bin schon wieder am Kapazitätsende. Knochenmehl, Verflucht, wegschmeißen, Objekte, Waffen, ziellos schwer, Notpfeiler. Notzweihänder, weg, Notschwert, Eisenschwert, Eisenschwert ist mehr wert. Gut, wir haben jetzt erstmal ein klein wenig Platz. Ich speichere jetzt jeden Scheiß. Hm, hm, hm. So, das war der Wunderschuss. Halskette. Silberhalskette, schade. Ich dachte, ich... Rollete Historie. Zap, zap, zap. Hier ist nix. Das war der Trollschädel. Hm, 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 hm. Da... Da geppelt, ja. Rolle des Feuerwalds. Hm. Hm. Ah, genau, da kam doch einer. Ah. 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 Lade. Drei Schuss, drei Treffer. Ach so, hier war ich schon drin. Pam, 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 pam. So, so, so. Noch mehr leckere Pilze. Hopp. Ja, richtig weggeflutscht. Dicke Ratte. Äh. Hopp. Ist leer. Ah, der, ähm, das war, glaube ich, eh so. Nein. Hm, 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 hm. Schild. Gibt's noch mehr hier? Nein. Sa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Nein, ich wollte richtig speichern. Okay, so. So, hier muss aber irgendwo die Stelle sein, wo ich vor uns gestorben bin. Genau, da kommt schon der 1. Uiuiui. Gold, Knochenmehl, Nordpfeile. So, den haben wir überlebt. Darauf speichern wir. Lala, ein Glück. Ein Glück, wir leben doch. Au. Mist. Uiuiui. Jagdbogen. 21 Gold, Seelenstein. Gold, die Stiefeln hatten wir zwar verzichten können, aber finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Allerheiligstes. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Aufwand. Wenn wir jetzt erst die erste Ebene geschafft haben. Das sieht doch ganz schlecht für meine Tragekapazität aus. Das Feuer, was die Geräusche machen. Moment, ich will erst schauen. Irgendwo ein Gegner zu sehen. Au. Oh. Oh. Nicht, nicht ducken, nicht ducken. Oh. Oh, das brennt noch. Oh. He, ist beinend. So, gut. Scheiße. Ah, gut. Fast noch von der Kapazität, aber ist das eng. Feuerresi. Was sind jetzt ein Bank? Na schön. Notpfeile. Ablegen. Ablegen. Notpfeile. Notpfeile. Nehmen wir mit. Warum kann man das alles anzünden? Was ist denn hier? Das verwirrt mich sehr. Hier ist nichts, da ist nichts. Kann man was zum Brennen bringen. Ah, wieso sollte ich? Was war das? Ich denke mal, ich will eine kleine Pause machen. Ich sag tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Bye-bye.